Sehr geehrter Herr Vizepräsident, geschätzte Landesrätinnen, geschätzter Landesrat, mir freut es, dass es für Sie heute ein Festtag ist. Es sollte eigentlich für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ein Festtag sein, denn die finanzieren diese großen und umfassenden und schweren Infrastrukturpakete. Also Dankeschön an unsere Bevölkerung, die so fleißig dafür arbeitet, dass wir uns solche Projekte leisten können. Zum Tagesordnungspunkt 2, die Aachenseebahn. Ja, heute im Mondkalender, der Tag steht im Zeichen der Fische. Das ist der Tag, wo es um Reinigung geht, putzen und aufräumen. Das wäre ja eigentlich ein gutes Motiv.